Kann sich noch jemand daran erinnern? Ende letzten Jahres gab es wahrscheinlich einen der größten Skandale und gleichzeitig auch eine der größten Lachnummern, die es im Bereich Gaming jemals gab. Es handelt sich dabei um den Release von The Day Before. Im Vorfeld riesengroß gehypt von den Entwicklern, die dabei schon in jedes Fettnäpfchen getreten sind, das möglich war mit Verschiebungen und tausend anderen Sachen. Ihr kennt die Story wahrscheinlich. Und dann kam nach diesen tausend Verschiebungen, dann im Dezember 2023, der Release. Und das, was uns da erwartet hat, war mehr als schockierend und wahrscheinlich auch der größte Scam der Videospielgeschichte. Denn das, was uns versprochen wurde, nämlich ein riesiges Open-World-Spiel, in dem man quasi alle Freiheiten hat, mit Zombies, mit Loot und eigentlich mit allem, das war es dann am Ende überhaupt nicht gewesen. Und das konnte man im Vorfeld auch schon ganz klar merken, denn in den Trailern, die man gesehen hat, sah das Ganze irgendwie dezent geklaut aus verschiedenen Spielen, wie zum Beispiel The Division aus. Und wenn es dann einfach nur das gewesen wäre, wäre es ja noch okay gewesen. Aber das, was uns dann präsentiert wurde, war ein richtig schlechter Extraction-Shooter, der einfach aus verschiedenen Assets aus dem Unreal-Store zusammengeklaubt war. Aber damit auch nicht genug. Das Spiel war komplett verbuggt und einfach eine Katastrophe. Und deshalb wurde dann natürlich auch ordentlich gerefundet nach Release. Und sage und schreibe, wenn ich mich jetzt nicht irre, vier Tage nach Release wurden komplett alle Server abgeschaltet, das Ding aus dem Store genommen. Diese ganze Aktion ist nach wie vor einzigartig. Steam hat erlaubt, auch nach den obligatorischen zwei Stunden das Ding da noch zu refunden und so weiter und so fort. Und der Entwickler Fantastic hat sich danach einfach aus dem Staub gemacht. Es gab noch einen kurzen Dankespost und dann waren die Jungs weg. Bis jetzt. Denn Fantastic ist back. Mit Fantastic 2.0. Und auch dieses Mal versprechen sie wieder einiges. Und natürlich wollen sie dieses Mal auch unsere Kohle mal wieder, damit sie diese tollen Versprechungen auch umsetzen können. In ihrem Rückkehr-Post auf Twitter hauen sie dann auch gleich mal Floskeln raus, wie jeder hat eine zweite Chance verdient. Und dabei zeigen sie dann gleichzeitig auch einen Trailer zu dem Spiel, das dann irgendwann mal rauskommen soll. Darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Auf jeden Fall versprechen Fantastic dann auch noch, dass sie planen, aus ihren vergangenen Fehlern zu lernen. Na denn. Ganz nebenbei hauen sie dann auch noch eine neue Kickstarter-Kampagne raus, wo man jetzt eben rein investieren kann, damit sie das Spiel, das ich euch gleich noch zeigen werde, entwickeln können und auch noch viele andere Games. Witzigerweise oder sagen wir mal Gott sei Dank ist es momentan so, dass das Ziel von 11.646 Pfund nicht mal ansatzweise bis jetzt erreicht sind. Die krebzen gerade irgendwo bei 200 Pfund rum. Wer auch immer so wahnsinnig ist und da überhaupt Geld rein investiert. Aber okay. Naja, auf jeden Fall fordern sie uns, die Community, dann auch noch auf zu helfen. Damit Fantastic wieder wie ein Phönix aus der Asche auferstehen kann. Ganz nebenbei werden dabei dann natürlich auch Versprechungen rausgehauen, wie der eben genannte Wille, sich zu verändern. Und natürlich soll dieses Mal auch alles total transparent sein. Und ehrlich und mit einer Menge Professionalität. Und die Jungs haben sogar eine neue Mission, die sie ausgerufen haben. Und zwar, ich muss das nochmal ablesen, damit ich es glauben kann. Ihre Mission ist es, Spiele zu erschaffen, die für Dekaden geliebt werden. Und damit ist der Wahnsinn noch nicht vorbei. Denn wenn ihr doch investieren wollt, dann überlegt euch auf jeden Fall ein bisschen mehr Kohle in die Hand zu nehmen. Weil dann wird es unfassbare Dinge für euch geben. Wenn ihr nämlich bereit seid, 12.000 Dollar zu spenden, dann bekommt ihr ein unvergessliches Dinner mit den Gründern von Fantastic. Wenn das mal nicht ein Anreiz ist. Ich persönlich hätte Angst, dass die mich bei dem Dinner vielleicht sogar essen wollen. Aber egal. Wenn ihr da Bock drauf habt und schon immer mal mit den beiden vertrauenswürdigen Brüdern ein bisschen was futtern wolltet, dann haut die 12.000 raus und dann seid ihr dabei. Außerdem versprechen sie auch noch, wenn sie das Ziel von 200.000, 200.000, von 200.000 Dollar erreichen, dann stellen sie das Spiel auch auf jeden Fall fertig und bringen es auch auf allen Plattformen raus. Da nehmen die sich auf jeden Fall einiges vor, denn alle Plattformen würde ja auch noch die Playstation 4 und die alte Xbox mit einschließen. Und wenn ihr seht, was die machen wollen, dann muss man ganz klar sagen, Wahnsinn. Wahnsinn, wenn die das auf den alten Gurken rausbringen wollen. Ich weiß nicht, wie das technisch möglich sein soll. Denn das Spiel, das sie machen wollen, ist das, das, das hier. Das, das. Escape Factory soll das heißen. Und es sieht ganz dezent aus, wie Spiele zum Beispiel wie Fall Guys etc., die ja durchaus auch einen Hype durchlebt haben. Von daher haben sich die findigen Boys bei Fantastic wahrscheinlich gedacht, cool, das ist ja gerade irgendwie das Hype-Genre, dann machen wir das einfach auch mal. Und das, was wir nämlich in der Vergangenheit neben Lügen und Betrügen gut konnten, waren mittelmäßig bis schlechte Handy-Games. Und viel mehr brauchen wir hierfür ja gar nicht. Also, wenn ihr auf so einen Fall Guys-Abklatsch richtig Bock habt, dann investiert auf jeden Fall in die Kickstarter-Kampagne, weil dann machen Fantastic da bestimmt auch ein richtig geiles Ding draus. Und wer weiß, was in Zukunft noch kommt. Vielleicht ja auch nochmal ein cooler Extraction-Shooter mit einer Open World aus dem Unreal-Shop. Könnte, könnte passieren, könnte passieren. Also, ich meine, diese, was war das für eine krumme Summe? 11.000, warten wir es, 11.646 Pfund, die kann man doch erreichen. Und die hat man ganz schnell erreicht, wenn ihr mit den beiden mal Abendessen wollt und die 12.000 bezahlt. Und wenn wir dann noch das unglaubliche Ziel, das gut erreichbare Ziel von 200.000 erreichen, dann gibt es das Ganze auch noch für alle Plattformen. Auf jeden Fall, das Spiel wird eben so beschrieben, dass man eben als harter Arbeiter da irgendwie aus dieser tödlichen Fabrik entkommen soll. Wird natürlich kein leichter Weg hinaus. Unterwegs gibt es dann noch viele mysteriöse und großartige Geschichten, die einen aufhalten wollen. Und man kann das Ganze im Team denn eben mit vier bis acht Spielern spielen. Also purer Multiplayer, Koop, Physik-basierter Superspaß, den uns Fantastic da um die Ohren haut. So, das war mir tatsächlich ein Video wert, weil das ist der größte Wahnsinn nach dem Wahnsinn von The Day Before, den ich in letzter Zeit gehört habe, dass die echt die Eier haben und es jetzt nochmal versuchen und nochmal den Leuten Geld aus den Taschen ziehen wollen. Das finde ich nahezu unglaublich. Unfucking fassbar. Naja, wenn ihr da Bock drauf habt, wisst ihr Bescheid, was ihr tun müsst. Wenn ihr mal geil, wahrscheinlich, wenn ihr die 12.000 spendet und mit den beiden Jungs Abendessen wollt, müsst ihr das Abendessen aber wahrscheinlich auch noch bezahlen. Also Obacht, da auf jeden Fall noch ein Hunni irgendwie beiseite legen, damit das noch passt. Was sagt ihr dazu? Schreibt mir das doch einfach mal in die Kommentare und ihr kennt den Rest. Ansonsten gilt wie immer, kauft ein bisschen Holi mit meinem Link. Dann supportet ihr mich und könnt vielleicht auch mal mit mir Abendessen und ansonsten Kanal abonnieren, damit ihr auch in Zukunft alles zu Fantastic präsentiert bekommt. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Reingehauen.